Gefährliche Blutdrucksenker, Nebenwirkungen, Tipps für besseren Blutdruck. Heute geht es mal um die Lieblinge der Pharmakonzerne, denn genauso wie die Cholesterinsenker gehören die Blutdrucksenker zu den am häufigsten verschriebenen Medikamenten weltweit und die Nebenwirkungen sind nicht gerade gering. Andererseits, Bluthochdruck ist ein sogenannter Silent Killer. Das bedeutet, er ruiniert ihre Gesundheit in aller Stille, über die Jahre kann er aktiv sein und das Gefährliche ist, dass hoher Blutdruck Herzinfarkte auslösen kann, dann Schlaganfälle, Herzschwäche, Gefäßerkrankungen und auch Nieren- und Augenerkrankungen. Statistisch gesehen steigt der Blutdruck so zwischen dem 40. und 70. Lebensjahr um 20 bis 30 mm Quecksilbersäule an und es ist dann genau die Zeit, wo man sein Ergebnis dafür bekommt, was man seinem Körper in den Jahren davor oder Jahrzehnten davor angetan hat. In diesem Video geht es mal um die Top-Ursache Nummer 1 für hohen Blutdruck und des Weiteren besprechen wir, was sie tun können, damit sie keinen hohen Blutdruck bekommen bzw. was sie tun können, wenn sie schon Blutdrucksenker nehmen, damit sie die Blutdrucksenker wieder reduzieren können. Viele Menschen ärgern sich natürlich wahnsinnig darüber, wenn ihnen der Arzt sagt, dass sie ab jetzt einen Blutdrucksenker benötigen und viele Menschen wünschen sich, dass sie den sofort wieder loswerden können. Die gute Nachricht ist, sie können wirklich selbst sehr, sehr viel tun, wenn sie einen hohen Blutdruck haben, damit sie ihren Blutdrucksenker eventuell wieder verlieren oder die Dosierung senken können. Die schlechte Nachricht ist, sie sollten es auf gar keinen Fall alleine tun, nur weil sie sich irgendeinen Artikel durchlesen, irgendeinen Blogartikel oder irgendein Video anschauen von irgendeinem Influencer, sondern sie brauchen wirklich dafür etwas Begleitung von ihrem Arzt. Worum schauen wir uns gleich an? Und bevor wir auf die Top-Ursache Nummer 1 für hohen Blutdruck zu sprechen kommen, machen wir uns einfach nochmal die Wichtigkeit eines normalen Blutdrucks bewusst. Hoher Blutdruck ist Risikofaktor Nummer 1 für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit für die meisten Todesfälle verantwortlich. Das bedeutet, wir sollten einen normalen Blutdruck von 120 zu 80 haben und wenn sie unter einem hohen Blutdruck leiden, dann sollten sie es über die Therapie schaffen, diesen Blutdruck auf unter 140 zu 90 abzusenken. Denn das bedeutet, dass ihre Risikoabsenkung an Herzinfarkt oder Schlaganfall zur Kranken gleich 50% beträgt. Ungefähr so 20 bis 30 Millionen Bundesbürger, die erreichen diesen Idealwert 120 zu 80 nicht und haben einen hohen Blutdruck. Ungefähr 30%, ein Drittel wissen davon aber gar nichts. Das heißt, schauen Sie ab und zu Ihren Blutdruck an, messen Sie Ihren Blutdruck, denn es ist unglaublich wichtig, dass Sie möglichst früh mit einer Therapie beginnen. Ungefähr 88% der Betroffenen halten sich an ihre Therapie und erreichen durch die Therapie sehr, sehr gute Blutdruckwerte. Und was sagen uns diese Zahlen? Bei kaum einer anderen Erkrankung lassen sich die Menschen freiwillig so gut behandeln, wie beim hohen Blutdruck. Scheinbar ist es wirklich so, dass es dann die Symptome wie Kopfschmerzen oder roter Kopf und so weiter Stressgefühl dann deutlich reduziert. Und was Sie tun können, damit Sie Ihre Blutdrucksenker vielleicht reduzieren können beziehungsweise auch viel wirksamer einsetzen, das klären wir gleich. Gehen wir mal auf die beiden Top-Ursachen für hohen Blutdruck ein. Und die Top-Ursache Nummer 1 ist Übergewicht. Ungefähr 30 bis 60% der Bluthochdruckpatienten, so schätzen die Experten, haben als Ursache Übergewicht. Und bei stark übergewichtigen Menschen kommt der Bluthochdruck dreimal häufiger vor als bei normalgewichtigen Menschen. Und jetzt ist die Frage, wie ist der Zusammenhang zwischen Übergewicht und Bluthochdruck? Erstmal natürlich, mehr Gewicht bedeutet, dass das Herz mehr arbeiten muss. Und dann haben wir bei Übergewicht auch diese stumme Entzündung der Blutgefäße, was auch zum hohen Blutdruck beitragen kann. Und dann passiert noch etwas Interessantes. Bei Übergewicht werden die Hormone Aldosteron und Cortisol vermehrt ausgeschüttet. Und das treibt dann den Blutdruck ebenfalls nach oben. Und was passiert noch? Im Gehirn passiert noch etwas unglaublich Spannendes. Eine Ernährung, die zu viel Kalorien enthält, die fördert die Dichte der Blutgefäße im Hypothalamus. In diesem Hirnbereich werden wichtige Hormone produziert, die dann auch an der Regulation des Blutdrucks mitwirken. Und hier haben wir das Hormon Leptin. Das Leptin steuert unseren Appetit. Und von den Fettzellen wird dieser Botenstoff dann aufgenommen oder produziert. Bestimmte Hirnzellen, die sogenannten Astrozyten, die werden dann von diesen Leptin-Konzentrationen aktiviert. Und diese Zellen, die schütten daraufhin einen Wachstumsfaktor aus. Und dieser Wachstumsfaktor lässt dann die Gefäße im Hypothalamus wachsen. Und dort sprießen sozusagen neue Gefäße. Und das macht dann einen hohen Blutdruck. Das stört die Blutdruckregulation. Die Frage ist, ist Bauchfett gefährlich? Ja klar, dort werden dann auch viele, viele Hormone gebildet. Das heißt, wir sollten möglichst schauen, dass wir unser gefährliches Bauchfett loswerden. Das führt uns schon zu dem zweiten Topgrund, nämlich Bewegungsmangel. Bewegungsmangel löst hohen Blutdruck aus. Warum? Dauersitzen macht krank. Die Elastizität der Blutgefäße fehlt. Und das löst dann hohen Blutdruck aus. Und wenn Sie aus beruflichen Gründen eben viel sitzen müssen, dann haben Sie ein viel, viel höheres Risiko an Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Und jetzt kommt ein sehr, sehr interessanter Zusammenhang. Nämlich kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass, wenn man in der Freizeit ungefähr acht Stunden sitzt, dass dann auch dieses Schlaganfallrisiko stark ansteigt. Und das betrifft unter 60-Jährige. Sprich, unter 60-Jährige, die mindestens acht Stunden in ihrer Freizeit sitzen, haben ein höheres Risiko, um in 15 Jahren einen Schlaganfall zu erleiden. Und interessanterweise ist, dass es die Altersgruppe über 60 Jahre nicht trifft. Also man konnte diesen Zusammenhang bei den über 60-Jährigen nicht herstellen. Warum wird gerade noch erforscht? Und die große Frage ist, ich habe es eingangs schon ein bisschen angedeutet, ab wann sollten wir jetzt den Blutdruck senken? Früher hat man immer gesagt, 100 plus Lebensalter ist völlig normal. Und Sie können weltweit schauen, die Fachgesellschaften empfehlen, den Blutdruck auf unter 140 zu 90 zu senken. Und ich höre jetzt schon die Einwände in den Kommentaren. Früher hat man eben diese Formel gehabt und dann schreiben viele Menschen, ja, die Pharmaindustrie will, dass wir die Medikamente futtern. Ja, natürlich will die Pharmaindustrie, dass wir die Medikamente futtern. Genauso wie die Süßigkeitenindustrie möchte, dass wir Süßigkeiten futtern. Und die Reiseindustrie möchte, dass wir wegfahren. Aber Sie können bei jeder medizinischen Fachgesellschaft nachschauen. Weltweit, dort kommen die Blutdrucksenker nicht als Hauptempfehlung Nummer eins. Sondern es steht immer, die Behandlung kann ohne Medikamente erfolgen und sollte am Anfang auch ohne Medikamente erfolgen. Und es sollte alles dafür getan werden, dass man den Blutdruck einfach senken kann und senken muss. Steht wirklich in jeder Broschüre weltweit. Das heißt, ein grundsätzlich gesunder Lebensstil verlängert die Lebenserwartung im Schnitt um neun Jahre. Und dann gibt es aber noch zwei andere Komponenten bei der Geschichte. Erstes Mal der Arzt. Denn in unserem System bekommen Sie natürlich sofort von Ihrem Arzt, von der Ärztin die Info, machen Sie mehr Sport, bauen Sie Ihr Gewicht ab und nehmen Sie Ihre Blutdrucktabletten. So klären wir unsere Patienten häufig auf. Klären wir unsere Patienten super gut auf? Ich denke nicht. Denn eine richtig gute Aufklärung kostet einfach sehr viel Zeit. Die niedergelassenen Kassenärzte, die haben diese Zeit nicht. Und der Griff zum Rezept ist da wesentlich unkomplizierter. Andererseits müssen wir Ärzte auch häufig sofort zum Rezept greifen. Denn wir müssen unseren Patienten schützen. Wenn jemand mit 160 oder 170 Blutdruck in die Praxis kommt, dann kann das sehr, sehr schnell zum Schlaganfall führen. Mein Vater hat das mal ausprobiert. Er litt unter einem hohen Blutdruck und ihm sind die Tabletten ausgegangen und er hat dann versucht, dass er es so wieder hinkriegt. Das Resultat war dann ein krachender Schlaganfall und er musste wochenlang wieder üben, die einfachsten Dinge wie Laufen, wie Greifen und solche Dinge. Also probieren Sie das besser nicht aus. Und zweitens haben wir natürlich als zweite Komponente den Patienten, wie Sie gerade gehört haben. Und was empfehlen wir denn dem Patienten? Was sind denn diese fünf Dinge, die jeder Bluthochdruckpatient verinnerlicht haben sollte? Erstens mal natürlich die Gewichtsabnahme. Zweitens die verringerte Salzzufuhr. Drittens das sofortige Aufhören von Rauchen. Viertens der weitestgehende Verzicht auf Alkohol. Und fünftens ist Bewegung und Ausdauersport. Aber die meisten Patienten können das entweder nicht mehr richtig umsetzen oder sie wollen das auch nicht richtig in letzter Konsequenz umsetzen, denn sie müssen es in letzter Konsequenz umsetzen, damit es funktioniert. Oder sie wissen einfach nicht, wie sie es für sich umsetzen können. Obwohl eben diese lebensstilverbessernden Maßnahmen wirklich sehr, sehr erfolgreich sein können. Deshalb müssen viele Menschen einfach blutdrucksenkende Medikamente nehmen, dass sie in diesen Zielbereich kommen mit dem Blutdruck. Wann brauche ich denn einen Blutdrucksenker? Wenn ich als Arzt sehe, der Patient ist in Gefahr, dann muss ich ihm einen Blutdrucksenker verschreiben. Es ist dann lebensrettend. Wir gewinnen dann einfach die Zeit, die wir benötigen, um an den anderen Punkten zu arbeiten. Und viele Menschen scheitern schon am ersten Punkt, der Gewichtsabnahme. Und sprechen wir mal über die Erfolge. Fünf Kilo weniger Körpergewicht senkt den Blutdruck um fünf Millimeter Quecksilbersäule. Und wenn Sie mal in den Buchinger Heilfasten reingehen, ich war vier Jahre lang Fastenarzt, dann haben Sie noch viel, viel bessere Erfolge mit Fasten und der Blutdrucksenkung. Verwenden Sie frische Lebensmittel, viel Salat, viel Gemüse, viel Ballaststoffe, gute Öle verwenden, Olivenöl, Leinöl, die schlechten Fette meiden, gehärtete Fettsäuren, Transfettsäuren, frittiertes Essen und so weiter. Auch der Zucker gehört raus, die Fertiggerichte, Snacks und so weiter. All das gehört weg. Und so eine angestrebte Gewichtsreduktion, die sollte dann langsamer folgen, damit der Körper da adaptieren kann. Und Sie sollten hier eine Ernährungsform bevorzugen, nämlich die mediterrane Küche. Viel frisches Obst, viel frisches Gemüse, Ballaststoffe, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Fisch, Pflanzenöle und auch viel Nüsse. Und ich habe Ihnen mal einen Download bereitgestellt. Eine Woche mediterrane Ernährung, können Sie sich einen kostenlosen Ernährungsplan hier unter diesem Video herunterladen. Eine Liste, was ist gut, was ist schlecht, sodass Sie ein bisschen reinkommen in dieses Denken der mediterranen Küche. Und da gab es in den 50er, 60er Jahren eine große Studie oder große Studien. Und man hat diese mediterrane Kost als diejenige Kost identifiziert, die am gesündesten ist, die die besten Ergebnisse bringt. Und so ist es seit den 50er, 60er Jahren. Keine andere Ernährung ist vorteilhafter als diese mediterrane Ernährung. Wie gesagt, Download kostenlos unter dem Video. Und dann sollten Sie natürlich auf Salz verzichten. 5 bis 6 Gramm pro Tag ist empfohlen und nicht mehr Speisesalz können Sie dann durch Kräuter ersetzen. Warum? Zu hoher Salzgehalt in der Nahrung fördert hohen Blutdruck. Und in Fertiggerichten, Knabberwaren, in Wurst, dort haben wir sehr, sehr viel Salz, auch in Brot beispielsweise. Also achten Sie wirklich darauf, dass Sie das Salz reduzieren. Und immer wenn Sie so salzen wollen, dann können Sie einen guten Salzersatz sich suchen. Ziemlich lecker. Da gibt es schon sehr, sehr gute Produkte. Was Sie auch sofort machen sollten, Rauchstopp, Nikotin weg. Ich weiß, das ist für manche Leute eine große Herausforderung. Aber wenn Sie schon unter einem hohen Blutdruck leiden, spätestens dann ist der Moment, wo Sie das Rauchen aufhören sollten. Genauso wie der Verzicht auf Alkohol. Die neuesten Forschungsergebnisse zeigen, so wenig Alkohol wie möglich zu sich nehmen, auch dieses kategorische Glas Rotwein von früher schützt und so, das steht momentan sehr, sehr schwer auf der Kippe. Und dann kommen wir zum riesengroßen Thema, nämlich Bewegung und Ausdauersport. Und auch hier gibt es Hürden und Hindernisse und ich zeige Ihnen, wie Sie das am besten überwinden können. Lohnt sich denn Sport für uns? Ja, Sport senkt den Blutdruck, auch im höheren Alter. Und zwar regelmäßige körperliche Aktivität kann den Blutdruck um bis zu 10 Milligramm Quecksilbersäule verbessern. Und das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das ist vergleichbar mit den Ergebnissen der Medikamente. Das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Und bevor wir mal auf die Blutdrucksenker zu sprechen kommen, lassen Sie uns noch ein bisschen beim Sport bleiben, denn dort gibt es neue Untersuchungen und das finde ich ist ganz fantastisch, denn abhängig von dem Bereich, wo Sie liegen, mit Ihrem Blutdruck, kann man jetzt auf Empfehlungen rückschließen. Das heißt, Menschen mit einem normalen Blutdruck, so unter 130 zu 85 ungefähr, die haben nach den neuesten Auswertungen die besten Ergebnisse beim isometrischen Krafttraining. Das bedeutet, wenn ihre Muskeln nicht bewegt werden, sondern statisch angespannt werden, ein Beispiel wäre der Unterarmstütz, dann haben diese Menschen mit einem normalen Blutdruck den besten Blutdrucksenkenden Effekt. Menschen, die es schon über 130 liegen, so bei 130 bis 140 ungefähr, die haben den besten Effekt, wenn sie ein sogenanntes dynamisches Krafttraining machen, beispielsweise Liegestützen absolvieren oder Kniebeugen absolvieren und die Menschen, die dann einen höheren Blutdruck haben, über 140 zu 90, die profitieren am besten vom Ausdauertraining. Also ich finde, das ist sehr, sehr interessant, diese neuen Erkenntnisse. Wichtig ist, dass sie, wenn sie so ein Krafttraining machen, dass sie die Luft nicht anhalten und nicht pressen. Das ist also sehr, sehr wichtig und das ist auch wichtig, dass sie es im Prinzip fast alle zwei Tage machen, denn ähnlich wie so ein Blutdruckmedikament hält dieser Sporteffekt nur eine gewisse Zeit vor. Welche Bewegung oder welcher Sport ist empfehlenswert, um den Blutdruck zu senken? Erstmal natürlich die Bewegung, die sie mögen, den Sport, den sie vielleicht von früher kennen, der ihnen Spaß macht, den sie ohne Luftnot, ohne Schmerzen in der Brust und ohne Schmerzen ausüben können, der in ihren Arbeitsalltag passt und ich war im gleichen Dilemma, wahrscheinlich wie Sie und ich erzähle Ihnen gleich, wie ich das Thema Sport und Bewegung in meinen Arbeitsalltag als Arzt eingebaut habe und umsetzen konnte und viele Patienten kopieren das mittlerweile schon nach. Welche Sportarten sind gut? Wenn Sie jetzt einen noch relativ geringen Blutdruck haben, 130, 140, dann können Sie wirklich Walking machen, Jogging, zum Skilanglauf gehen, Radfahren, Schwimmen, also all diese Ausdauersportarten, die sind sehr, sehr gut. Sie können auch ein dynamisches Krafttraining machen, ein bisschen Knie beugen, Liegestütz, ein bisschen Gewicht heben, sollten einfach nur darauf aufpassen, dass Sie nicht zu sehr pressen oder auch Sportspiele mit geringer Belastung, Tischtennis, Golf und so weiter, Billard, Gymnastik, alles gar kein Problem. Sportarten, wenn der Blutdruck schon etwas erhöht ist, der bedingt geeignet ist, ist beispielsweise Tanzen, Reiten, Kegeln, Volleyball, Tennis, also wenn Sie schon so bei 140, 150 liegen und das Ganze nicht mehr so richtig eingefangen werden kann, durch Medikamente, auch Rudern oder Skifahren, das sind dann schon sportliche Belastungen, die man dann vermeiden sollte und wirklich verboten bei hohem Blutdruck ist dann Leichtathletik, Sprinten, Springen, Wurftechniken und so weiter oder dann auch Gewicht heben, richtiges Bodybuilding, Kraftsport oder auch Eishockey, Squash, also alles mit hohen Belastungen, auch Segeln, auch Tauchen, Windsurfen, solche Dinge, wo man dann eventuell auch pressen muss, die Luft anhalten muss und so weiter, ist es wenig geeignet. Und die Frage ist, wie häufig sollten wir Sport machen? Die Basis ist ein sogenanntes Ausdauertraining, das heißt, ein flottes Gehen beispielsweise, ohne nach Luft zu ringen, das sollten so um die 30 Minuten sein, an wirklich 5 Tagen der Woche, das wäre das allerbeste und dann kann man natürlich auch diese 30 Minuten erstmal aufteilen, in 10 oder in 15 Minuten Abschnitte, Sie können einfach auch langsam beginnen mit 2x5 Minuten, 10 Minuten, 2x15 Minuten, auf jeden Fall so 30 Minuten Basistraining. Und dann sollte man jeden zweiten Tag körperlich aktiv sein, man sollte etwas mehr dann noch Sport machen, als dieses Basistraining und mildes Kraftausdauertraining beispielsweise, wenig Wiederholungen machen, vielleicht 15 Stück, ohne Pressatmung trainieren, einfach im Rhythmus bleiben und so können Sie Ihre sportliche Aktivität ein bisschen hochfahren. Ich versuche täglich, wirklich täglich, eine Stunde mich zu bewegen, mit sehr, sehr schnellem Schritt, fast joggen, wie ich das mache, zeige ich Ihnen gleich. Vor Corona war das halt so, dass viele Menschen die Termine in der Praxis wahrgenommen haben, seit Corona ist es so, dass mehr Menschen Telefontermine benötigen. Und für diesen Zweck habe ich folgendes gemacht, ich habe meine Telefontermine am Tag immer gebündelt, das heißt, ich weiß, ich telefoniere dann eine Stunde oder eine Dreiviertel der Stunde und ich habe mir einen Stehschreibtisch gekauft, den hatte ich schon und unter diesem Stehschreibtisch habe ich mittlerweile ein G-Band, das heißt, das ist ein zusammenfaltbares Laufband, das habe ich im Internet übrigens bei einem anderen Kollegen gesehen und ich habe mir das für die Praxis hier gekauft, das wird dann ausgeklappt, der Stehschreibtisch wird hochgefahren und das Ganze gefällt mir so gut, dass ich täglich meine Stunde Bewegung schon in der Praxis habe und es hat mir so gut gefallen, dass ich mir auch nochmal ein bisschen stabileres Laufband dann fürs Joggen für zu Hause gekauft habe, das hat für mich einfach den Vorteil, ich bin völlig unabhängig von der Außentemperatur und von Witterungseinflüssen und ich komme von der Arbeit heim und habe meine Minimalbewegung schon gemacht. Und eine letzte Sache ist ja auch noch gesagt, Stress ist ein wahnsinnig großer Faktor bei Bluthochdruck und schauen Sie einfach, dass Sie sich so einen persönlichen Schutzraum schaffen, der unantastbar ist. Beispielsweise eine Patientin von mir mit hohem Blutnot gepflegt, ihren sehr, sehr aggressiven Mann und sie hat sich wortwörtlich ihren Schutzraum geschaffen, sie hat nämlich ein kleines Zimmer angemietet in der gleichen Ortschaft für ganz, ganz wenig Geld, dort kann sie sich zurückziehen und dort kommt sie wirklich zu sich, kann Freundinnen empfangen und sie ist erstmal für einige Zeit weg von ihrem Mann. Stichwort Freunde, Freundinnen, auch das kann stressreduzierend sein, soziale Kontakte oder Meditation. Mein persönlicher Abschaltraum ist die Sauna. Dort gibt es auch Studien kombiniert mit Wärme, dass man eben einfach dort ganz, ganz leicht abschalten kann. Also es muss irgendetwas sein, was sie total fesselt, was sie total ablenkt und aus ihrem Alltag einfach rausbringt, aus den anderen Gedanken und das kann natürlich auch mal eine Partie gegen den Schachcomputer sein. Sprechen wir einfach mal über die Blutdrucksenker und es werden häufig diese vier Wirkstoffklassen, die wir gleich besprechen, miteinander kombiniert. Man fängt meistens langsam an mit der klassischen Wassertablette und bevor wir mal die einzelnen Medikamente durchsprechen, schauen wir uns die häufigsten Fehler an, denn Menschen mit Blutdrucktabletten verwechseln sie oft mit Schmerztabletten. Das heißt, sie wenden die Blutdrucktabletten so an wie Schmerztabletten nach dem Motto, na heute ist der Blutdruck ein bisschen höher, nehme ich mal ein bisschen mehr und morgen kann ich es dafür wieder vergessen. Und das ist ein ganz, ganz großer, häufiger Fehler. Man muss Blutdrucktabletten wirklich regelmäßig nehmen und was auch ein großer Fehler ist, sind unterschiedliche Einnahmezeiten. Das heißt, nehmen Sie das Blutdruckmedikament immer zur gleichen Uhrzeit. Die Ärzte haben die Blutdruckmedikamente immer in der Früh verschrieben. Es gibt mittlerweile auch Studien, die zeigen, dass vielleicht die spätere Einnahme oder die Einnahme zur Nacht sehr, sehr vorteilhaft sein kann, denn der nächtliche Blutdruck, der ist gefährlicher. Das bedeutet, sprechen Sie mal mit Ihrem Arzt drüber, ob Sie nicht nachts mal den Blutdrucksenker einsetzen können, wenn Sie schlecht aus der Nacht kommen, wenn Sie quasi schon mit hohem Blutdruck aufwachen. Und was Sie auch nicht tun sollten, ist, dass Sie einfach die Dosen überspringen. Also wenn Sie die Einnahme vergessen, stellen Sie sich einen Wecker, besorgen Sie sich eine Pillenbox, dass Sie wirklich daran denken, dass Sie das Blutdruckmedikament tagtäglich einnehmen. Denn Blutdruckmedikamente sind, wie gesagt, nicht so wie Schmerzmittel. Das heißt, wir müssen die regelmäßig nehmen, der ganze Hormonhaushalt, der Wasserhaushalt, der Elektrolythaushalt und so weiter. Das muss sich alles einpendeln und Sie können das nicht so on-off machen, wie wenn Sie ein Radio ein- und ausschalten. Und ganz gefährlich ist eben, wenn Sie die Medikation plötzlich absetzen, da kann es zu Rebound-Phänomenen kommen, es kann also dann ganz gefährliche Anstiege provozieren. Deswegen habe ich eingangs gesagt, wenn Sie an dieser Blutdruckeinstellung was schrauben wollen, machen Sie es einfach zusammen mit Ihrem Arzt. Der hat es schon tausende Male gemacht und kann Sie auf die eine oder andere, den einen oder anderen Fallstrick einfach hinweisen. Und was Sie auch nicht machen sollten, verändern Sie auch nicht die Dosierung. Sprechen Sie es ab. Sprechen Sie ab. Herr Doktor, was soll ich machen, wenn es mir schwindelig wird oder wenn ich merke, dass ich in der Früh einfach einen schlechten Blutdruck habe, dass der Blutdruck zu niedrig ist. Wie soll ich die Tablette dann verändern? Machen Sie es nicht einfach alleine beziehungsweise lassen Sie es nicht einfach weg. Was sind hier häufige Fehler? Die Patienten trauen sich oft nicht, mit dem Arzt darüber zu sprechen. Sie wollen den Arzt nicht belasten. Der Arzt, man hat immer den Eindruck, Ärzte haben keine Zeit. Aber es ist ganz normal bei der Blutdruckeinstellung. Genauso wie bei der Einstellung auf die Blutzuckersenkenden Medikamente. Die Dinge ändern sich einfach und auch die Dosierung des Krankenhauses ist nicht gleich der Haushalt. Ihre Situation ändert sich. Sie nehmen vielleicht Gewicht zu, Sie nehmen Gewicht ab. Also schämen Sie sich nicht. Fragen Sie ruhig nach. Und ganz, ganz wichtig ist einfach die regelmäßige Blutdrucküberwachung. Die Dosierung. Müssen Sie einhergehend mit dem Befinden verstehen? Wie fühle ich mich bei der Dosierung? Wie verändert sich das bei stressigen Tagen? Und so weiter. Und tun Sie mir eingefallen. Schauen Sie mal drauf, ob Ihr Blutdruckmessgerät noch geeicht ist. Denn es ist nicht selten, dass die häufigste Ursache oder eine der häufigsten Ursachen, wenn ein Patient sagt, ich habe plötzlich hohen Blutdruck, dass es einfach ein nicht geeichter Blutdruckmesser ist. Sprechen wir noch kurz über die vier Stoffgruppen. Und diese vier Stoffgruppen, die häufigen, die können kombiniert werden. So der Einstieg ist immer das Diuretikum, die Wassertablette oder die Entwässerungstablette. Was ist hier das Prinzip? Das sind einfach Medikamente, die die Nierenfunktion anregen, mehr Wasser auszuscheiden. Und dann haben wir weniger Wasser im Gefäßsystem. Das senkt natürlich den Blutdruck. Die Urinproduktion wird erhöht. Und hier ist natürlich auch das Problem, dass wir dann die Mineralstoffe ausscheiden. Das ist eine häufige Nebenwirkung, dass eben Kaliummangel, Natriummangel, Magnesiummangel und so weiter entstehen kann. Und hier muss man einfach dann in enger Abstimmung mit dem Arzt einfach die Werte kontrollieren. Und was kann auch noch passieren? Es kann sein, dass zu viel Wasser dann fehlt im System. Die sogenannte Dehydratation. Also Wasser fehlt. Man vertrocknet quasi. Die Hautfalten, die bleiben stehen. Die gehen nicht mehr elastisch zurück. Und das kann man eventuell merken, dass die Herzfrequenz steigt. Die zweite Stoffgruppe ist nicht minder, weniger bekannt. Die sogenannten ACE-Hemmer. Wie funktioniert das? Dort wird die Verringerung oder die Menge an einem Stoff, der gebildet wird, verringert. Es verringert sich die Menge an dem gebildeten sogenannten Aldosteron. Und dieses Aldosteron, die führt zu einer Natrium- und Wasserretension in der Niere, was dann zu einem erhöhten Blutdruck führt. Und wenn wir das also blockieren, wenn wir diesen Mechanismus hemmen, dann wird quasi das Natrium und das Wasser eher wieder ausgeschieden und nicht so viel Natrium und Wasser rückresorbiert in der Niere. Und das führt dann dazu, dass sich der Blutdruck im Prinzip verändert oder verringert. Und die wichtigste Nebenwirkung ist hier dieser gefürchtete ACE-Hemmer-Husten. Das ist ein ganz komischer, trockener Reizhusten. Die Leute leiden darunter über Wochen, eventuell sogar Monate und wissen nicht, dass es das Blutdruckmedikament ist und was auch noch sein kann, dass der Kaliumspiegel sehr, sehr stark ansteigt. Und dann haben wir noch die sogenannten Sartane, die sogenannten Angiotensin-Rezeptor-Blocker. Und die machen eine Blockade von dem sogenannten Angiotensin-Rezeptor. Das heißt, wenn man diesen Rezeptor blockiert, dann kommt diese gefäßengende Wirkung von dem Stoff Angiotensin nicht so zur Geltung. Und das führt dann dazu, dass die Blutgefäße sich erweitern und der Blutdruck wieder absenkt. Und auch hier haben wir als Nebenwirkung ein hohes Kalium, ein zu hoher Kaliumwert und auch Schwindel kann auftreten. Und Kalzium-Kanalblocker, die vierte Stoffgruppe, die sehr, sehr häufig verschrieben wird, die steuern im Prinzip den Kalzium oder blockieren den Kalzium-Einstrom in die Muskelzellen der Blutgefäße. Die Blutgefäße haben ganz bestimmte Muskelzellen und die kann man dann künstlich erschlaffen lassen, sodass also auch hier nicht mehr so viel Druck aufgebaut werden kann im System. Und hier ist eine häufige Nebenwirkung, Schwellungen an Knöcheln und Füßen. Und wenn da noch in Kombination mit einer Wassertablette haben Sie vielleicht auch in der Verwandtschaft schon mal mitgekriegt, dass hier häufig eben Knöcheln und Füße anschwellen und dass die Menschen dann unter diesen Nebenwirkungen leiden, ebenso wie Schwindel- und Kopfschmerzen. Und dann haben wir noch die Beta-Blocker. Das kennen Sie vielleicht auch. Das sind schon die eher schwereren Medikamente, die die Herzfrequenz dann runternehmen und auch den Blutdruck stark absenken können. Und dieses Medikament sollte man wirklich so lange vermeiden, wie es nur irgendwie geht, warum es kann impotent machen. Kurzum, die meisten Menschen mit Bluthochdruck haben es selbst in der Hand und natürlich gibt es genetische Gründe oder körperliche Ursachen, die den Blutdruck ansteigen lassen. Aber die meisten Menschen können hier wirklich als Held vom Platz gehen, sage ich mal. Und so viel für ihren Blutdruck tun. Sehen Sie die Blutdrucksenker nicht als Feinde an, sondern als Hilfe, die uns zur Verfügung steht. Aber tun Sie einfach alles dafür, dass Sie an diesen fünf Punkten, die ich erwähnt habe, arbeiten. Einmal die Gewichtsabnahme, einmal die Verminderung der Salzzufuhr, der sofortige Nikotin- und Rauchstopp, dann der Alkoholverzicht und natürlich mehr Bewegung, mehr Sport. Und ich garantiere Ihnen, ganz unabhängig von Ihrem Blutdruck, wenn Sie das tun, dann werden Sie sich einfach so viel besser fühlen. Und allein dafür hat sich dieses Video dann schon gelohnt und die Veränderungen, die Sie machen. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Wie gesagt, die Links sind unter diesem Video. Abonnieren Sie den Kanal und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald.